Sagt es dich? Wie kannst du auf die Kopf? Jetzt läuft es in 3 Sekunden. Ich verstehe nicht, was da passiert. Ich verstehe nicht, was da passiert. Du musst dich rechts halten. Wo kann ich das? Weg ist es gekommen? Es kommt bei einer SIFKA bei 1.000 Euro. Nee, es kommt ja gleich. Jetzt kommt da irgendwie keine Texte. Nee, ich auch nicht. Warte, was ist? 3 Sekunden auf dem Auto. Nein, 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 nein. Irgendes Wort. Die Grand Tour. Wie heißt der Song? Ich weiß nicht, Grand Tour Intro. Das läuft nicht so. Jetzt ist das. Du musst dich rechts halten, aber es ist besser. Okay. Wie heißt der Song? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Es ist der Grand Tour. Der Grand Tour ist so angenehm. Das wird so angenehm. Das wird so angenehm. Vielleicht wird so angenehm. Wir brauchen so angenehm. Wir brauchen so angenehm. Alter, ich will nur noch mal den Boden schicken. Ich bin jetzt immer leid, sind es so schwer. Was ist das, Alter? Geht gut. Geht gut, geht gut. Aber wenn ich da rübergehe auf links, dann bist du. Ja, deswegen sage ich, dann geh rechts und du bist links. Ja, ich will links gehen, weil ich da unterstehren. Ne, wenn du rechts gehen auf der Wand hältst, bin ich viel weitergeschrieben. Die hast du mir zugehört. Ich will links gehen, weil ich da unterstehren. Aber wenn du nicht rechts gehst, ja. Die Grand Tour. Das ist doch Serien mit Autos. Ja, ich glaube, das ist ja... Das ist bei Trailer Musik. Das ist ein Death Barrier. Death Barrier, so heißt das. Was? YouTube. Da wo ich gerade noch bin, meinst du? Ja, ja. Wieso wie keine Plattformen, die jeder kennt? Ah, das ist schon komplett also halbloch. Oh mein Gott! Was ist das so dumm? 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 Boah, was soll das eigentlich machen? Unruh und du. Da hat das so dumm? Keine Panikauter. Da ist alles nur ein Skull. Nein. Leidt es mir lieber das Skritt? Ja. Auch Quacken zum Dumpse. 12.25. Oh das war ich dachte schon mal die PSZ. Nein. Nein. Ich hab mir extra so Adapter geholt, USB zu PS2, den Anschluss, das alte, das der Turmhaus ist, ne? Vortrag von PS2, PS5-2 ist so. Du kannst nur 6 Massen drücken, das ist so krass. Für mich ist es wichtig, dass die USB-Keyboards nicht ausmacht. Was geil ist, nur die alten USB-Keyboards machen kompatibel. Neue USB-Keyboards haben, die USB-Keyboards haben. Deswegen bringt er dann diese Adapter ein bisschen. Geil, oder? Hast du gesehen, was mein Kollege gesagt hat? Ja, die ist dabei leider. Die Adapter sind aufsitzen. Du holst dir jetzt Tickets, damit du die Band live singen kannst. Du hast nicht gesprochen. Ja, ne? Ich versuche herauszufinden, welcher Song das ist. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Ja, ich erinnere mich. Ich weiß nicht, welche Band es ist. Ich versuche den Band Leipzig zu sehen und den Ticket zu pusten. Wie ich vorhin gesagt habe, ich weiß, dass der Song noch vor der Sittlung kommt. Ich versuche herauszufinden, wie der Song das ist, damit ich weiß, welcher vergebliche Sittlung es war. Oder Family? Oder Family? Oder Family, doch völlig anderes. Wie ist bloß das jetzt eingefallen? Das heißt, das ist die Sittlung, die du kennst doch was. Nein, dass ich die nicht kenne und den Intro, dass ich kenne es werde. Die Motherfair & Family ist eine sehr neue Story. Ich meine, die sind wahrscheinlich in den 80ern oder 90ern. Das ist das Call of Duty. Das ist Call of Duty, ja? Das ist Call of Duty, ja? Das sieht man doch, oder? Das ist das Call of Duty, ja. Der Mann ist ein Team. Das Team ist er. Ich würde noch noch helfen von meinem Freund Joe Cocker. He 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 He. Das scheint mich aufpassen, aber reicht. Nee, denn du musst doch drauf gerufen, oder? Links? Ich hoffe, dass du das mit dem Song heißt. He He He. Du hast bestimmt schon mal gehört, oder? He He He. Warum kommt der raus? Hört das? Alter! Wie ist ein Mann mit der Kirchen drauf? Das ist ja putzig! John Cocker! Ist das echt selber? Ja, das ist von dem, äh, von einem scheinen Körpervolles John Cocker Album. Aber das heißt, jaja, von, äh, weil das Album ist auch so. Von den Fans. Sooo! Ist auch mit... Ist auch mit Dixi-Kipi oder Hennot? Weiß es nicht, ich hätte nur zwei bei Sam's Ken. BIN, BIN, BIN... Das sagt man eigentlich, durch was ich gestorben war... Du stirbst halt noch. Ach, ey diablos... Jetzt hast du auch noch 10 oder so... Hehehehe, das du dich wirklich... Oh, ey... Hahaha... I'm dead... Was? Was war Adi jetzt hier Auto Deutschland Autoclub, gell? Auto Deutschland Autoclub. Adi, Adi. Ja, ich meine Leute, ah. Ich habe euch nicht ausgedreht, oder? Ich habe euch nicht ausgedreht, oder? Ich habe vergessen, dass es ausgedreht. Allgemein. Allgemein. Allgemein, 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 deutscher Autoclub. Das hätte man auch weglassen können, das wäre es dann. Dann wäre es dann, wenn es dir als Ziel wäre, dann könnte ich auch Dax sagen. Deine Präzision würde sich enorm verbessern mit einem Monster Energy. Oh, du warst. Sound of Hip-Hop, Yamaha. Äh, äh, äh? Der Koffer, wie soll er leben? Äh, äh. Das passiert ganz selten im Kopf. Oh, ist eine Tür. Muss ein. Was war das? Was war das? Was war das? Wie schwer war das? Ja, ja. Sahne. Ich weiß nicht. Ah, was soll das Wasser sein? Ich ziehe nicht, wie viel Wasser. Was ist das Wasser? Ah, das ist ja leckiges Wasser. Wenn er duscht, mal, wenn er duscht, ach, 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 ach. Dann kann ich länger als 30 Sekunden gut, ansonsten stirbt er. Du hast doch mal Wasser feste Kleidung an, dann tut dir schon so weh. Oh, halt, das würde Gesteine auf dich drauf fallen. Wenn halt wirklich eine fette Welle kommen würde, ne? Ja, ein richtiger wiesiger Wasserschwein, aber so, Bob Jumon. Das geht bis zum Knöchel, fahrs hoch. Das ist wie eine Spielfahne. Tobi, das Spiel will ganz klar, dass du da nicht hinschaust. Ich wollte es aber sehen. Du kannst, der spielst du auch. Bleib mal am Gehstein, Blöbler, bleib mal gleich am Gehstein, weil er guckt nicht mal, das machen wir uns. Das ist eigentlich ein Beatles-Song. Das ist ein Song von den Beatles. Ja, ich weiß es gewiss. Eigentlich. Das ist gewiss. Aber Jokok hat es dann, was ein Jahr später oder zwei Jahre später gecovert. Franzis wurde jetzt gerade im Ohr. Ja, das wurde gerade im Ohr. Ein Zeig. Die Lübzeit gezeigt. Audiozeit. Oh ja. Wikipedia. Das Wasser heißt, wo wir im Gebäude steigen und draußen nicht. Ja, warst du sucht immer den kürzesten Weg. Du hast jetzt keinen Schaden bekommen. Du hast so tief in Wasser. Ja. Mein Begegnung ist angestellt dasselbe. Ich stelle mir so vor, weil er weiß schon so. Ich stelle mir so vor. Der Kärn ist mit Kollegen am Tisch essen. Und dann kommt so, hey, wie geht es weiter? Das ist 18. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 21. 21. 21. 22. 23. 23. 24. 25. 27. 28. 29. 30. Das ist ein von uns abgehört. Das ist ein von uns abgehört. Das ist ein von uns abgehört. Das ist jetzt ein von uns abgehört. Das ist ein von uns abgehört. Echt? Was geht weiter? Ja, sieht sogar extra. Theme music composer Lennon und McCartney und offering theme shit und will have for my friends sung by Joe Cocker. Das ist Joe Cocker. Was? Ich komm nicht ran, weil der Wichser unter Wasser im Weg steht. Denk dran. Alles ist Quiztime. Ich bin langsam auf die Nerven, dass mir alles aus der Hand genommen wird, dass ich irgendwie den Scheiß anschauen muss, wie der irgendwo rumschwimmt oder irgendwas passiert. Ja! Das ist viel selber. Weil die haben ja nur so gutes Gameplay. Scheiße, ich kann nicht mal nach rechts gehen. Ich muss nicht dahinter. Was ist das denn? Deswegen sind die Spiele nur was für Gehirnaktivitäten. Das ist jetzt so süß. Warum hat's was dran gebraucht? Ah, aber stimmt ja. Stimmt ja. Aber es ist große Spielsicher. Viele mögen und viele kaufen und deswegen ist Automatisch gut. Weil viele, viele spielen dahinter und deswegen ist es gut. Genauso wie Leute. Ah, Bethesda, Bethesda. Schon wieder einen Scheiß gemacht. Ja, ich koch mir natürlich. Boah, schon wieder einen Scheiß. Boah, Bethesda. Boah, Tod, Tod. Und dann schmeißt du das nächste raus. Und das wird auch wieder gekauft. Hörst du aber auf Bethesda Spiel zu kaufen? Das letzte, das ich mir gekauft habe, hat gepasst. Ich glaub das war... Ich glaub New Vegas. New Vegas. New Vegas war mein letztes. Du hast gedacht, den 4er haben Vegas gekauft. Nein, den 4er habe ich geprägt. Psst, ey, ich hab's nicht geprägt. Ich hab's gekauft. Und das so recht bei das 4er wahrscheinlich. Du so mit allen 70 Millionen. Und das Abzock-Deal. Sie zahlt 30 Euro. Für einen beschissenen Hut, der verpackt ist. Ich hab's mir ja im Angebot zählen gekauft. Und da hab ich für alles 30 gezahlt oder so. 40. Sonst hätte es ja irgendwie 100 gekostet. Oh! Kannst du nicht mit dem Haus begleiten, oder? Ja, wahrscheinlich jetzt nur für das Größen. Deswegen werden wir vielleicht gleich wieder genommen. Die Fähigkeit. Oh, echt? Äh, unlogisch. Das ist aber nicht gar nicht. Ich hab's mir unter Wasser nicht. Ich bin unter Wasser. Oh, Fische. Müllfische. Müllfische. Spongebob. Alter. Super. Ich bin unter Wasser. Ich bin unter Wasser. Was? Natürlich kommt Deus Ex Machina von 1984 aus. Das war das Videospiel, das ich gesucht habe. Oh ja, stimmt. Der ganze... Ja, genau, genau. Ist das so? Aber du bist ja auch ein Remake sogar. Krass. Ist das? Hast du irgendwas mit dem anderen zu tun? Nein, das ist ein Geist du hast. Das ist völlig eigenes Ding. Medium. DVD-ROM. Blu-ray. Download. Mega. Download ist kein Medium. Einen, Minster không. Ist das nicht so. Aber da ist 5 Minuten, irgendwie sowas erstmal. So ist das so, als würdest du spielen und dann würde jemandem so ein... Die Kontrolle wegnehmen schon dann. Ja, du kannst es wieder einmal sehen. So ist das halt, so ist halt so. Das ist extrem nervig. Ich verstehe gerade, wenn man mindestens Intel E3 oder eine D-Grafikkarte hat. Für was? Für eine D- und extreme Karte. Ist das ganz besonders schlecht, wenn du weißt, dass eine D-Grafikkarte nicht nur versetzt hat. Sie müssen am besten von einem D-Zweißer rausziehen. Nein, nein, nein. Ja, du brauchst halt von Intel im Prozessor. Ja, du brauchst halt von Intel im Prozessor. Warte mal! Ja, du hast die Arbeit in der Gesellschaft gekauft. Die haben doch schon welche draußen. Wollten die jetzt für deine Arbeit einen Liste kaufen? Das ist ein Wurst. Das hat ja auch noch eine D-Grafikkarte. Ja. Die hoffen bestimmt dann, dass die Grafikkarte schlechter ist als Nvidia. Vielleicht besser als AMD, aber auch viel toller als Nvidia. Aber das ist mein Intel, ne? Ja. 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 Das ist großartig, dass sie nicht unterdurchschauen können. Ich kann quasi unter dem Wasser sein, dass er kann rechnen. Unter dem Wasser? Unter dem Wasser, nicht im Wasser. Ah! Ja, Mann! Ja, Mann! Oh, Mann! Ich bin schon angekommen. Ich muss das noch mal sehen. Was? Mann, das ist die Fußabflügel! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ah, ja, ja, ja! Ah! 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 Alter, das Wasser wegge... Was? Wie man will es tanne füzykalt gesetzt? Was ist ein Füzykalt? Was ist ein Füzykalt? Was ist ein Füzykalt? Vergesst nicht, das ist von Neverzone. Selbe Leute wie Tony Hawk. Was ist der Teil speziell? Jaaaa! Alter, der hätten wir bei Scareport spielen können sollen. Nein, das auch nicht. Obwohl, ja. Der war so ein Füzykalt, was auch die Gebunden-Teile gemacht haben, oder? Nein, Guitar Hero hat ja teilweise auch noch gebummt. Ich glaube, Guitar Hero macht... Jaaaa! Es hat vielleicht gebummt, aber es ist Guitar Hero. Kopf, die bummt auch. Aber es ist ja Call of Duty, oder? Nein, ich glaube, die Trunken sind ja gespielt. Also, ich glaube, alles ist richtig gut. Alter, wie es hier hingesogen hat. Joko! Oh mein Gott, das ist ein Pfeffer. Es muss so behindert sein Exo nach oben, die Palmen... Ohhhh, DJ! DJ Donald! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ohhhh, DJ! DJ Donald! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ja, ich weiß nicht! Das wird ein paar komische Sachen mit den Fischernetzen. Hehehe! Hehehe! Ich weiß nicht! Hehehe! 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 Was ist hinter dem Volkswarven? Ob er ernst gemeint? Boah, verbrenne ich nicht. Hey, warte mal, wenn wir unter Wasser sind. Alter. Das ist eine Einladung. Ich weiß nicht, ganz verschwam. Da war's, wo jemand nichts für die physikalische Umstände unter Wasser hat. Wasser ist Feuer, Spaß. Ist doch schön. Ich glaube, da hat das Wasser so viel Gebäude kaputt gemacht. Oder es hat irgendwo explodiert. Hahahaha. Boah, wie hell. Alter. Was ist denn, wenn du vor mir bist, oder so? Ich spüre... Also, nach einer Zeit winkt er mich, um zu gehen, bevor zu stehen. Ich spüre... Aaaaah. Was... Wenn jeder andere spürt, wird kein Checkmoment. Das ist ein Buch. Ich spüre nur eine Wusse. Hahahaha. Warte, guck mal. Warum hat jeder so militärische Munitionskisten angestellt? Ah. Was hat hier mit jedem hier im Kerl oder was? Ja, jetzt kommt's. Das ist alles Militärgebäude. Ich kenne's nichts anderes. Aaaaah! Wie ist die aggressiv? Wie ist das? Das war's. Du küsst gerade den Boden, deswegen Pusse oben. Ne, nein, oben links, da liegt es. Du, oh, please! Wieso? 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 Ich habe hier schon so ein bisschen... Du machst Platter-Set, du darfst dich hier ein Dings her! Du hast ja noch viel mehr Spaß als das du. Das ist so wie wenn du so Paraplegic vergleichst mit Sportathleten, natürlich. Sportathlet? Jetzt ist du Athleten, einfach nur Sport. Sportathlet? Ein sportlicher Athlet der Pusse. Ein Kartoffelathlet! Was? Was? Boah, das ist ja der Kraut! Das darf ich jetzt wieder spielen. Geil, ja! Das war richtig! Yay! 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 Jetzt musst du mir nicht mehr abwischen, Mann! Cuties! Yay! Cuties ist das Beste und gar zu spiel! Cutie Mark! Das ist Cutie Mark! Du musst den richtigen Moment! Das einzige was besser ist, dass Cuties sind Cuts, die du ja nicht skippen kannst. So war... Und da ist alles pies. Ist das zunニ으니까iert? Was? Hier schützt es. Boah, wie ist die Waffe den agradlich so? Pkee! Hier schützt warte! Ah, ha, ha! Ja! Ja... Warte, ich muss die Wehrflasche starten, fertig, das funktioniert. Der Jurassic Park, ne? Helikopter, Breach. Alter, kommst du mir hin? Das ist so viel in der Leife, warum macht man das überhaupt? Oh, küsst euch! Ich hab schon längst wegen Rund. Warst du noch das ganze Ding? Das ist super, wenn man auf Trigger-Sätze kommt, um nachzutreten einfach. Du hast das ganze Ding festgehalten mit seiner Hand. Hör, 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 hör. Du kannst wegschwenden! Du kannst wegschwenden! Das ist schnitt! Das ist ein Kumpel-Bugs. Das sieht schon schön aus. Ja, das sieht schon schräg aus. Ich glaube, das ist die Story. Das ist eine gute Stahl-Choice. Das ist schön zum Anschauen, aber... Nee, halt auch nicht, ne? Es ist ja problematisch, wenn 299 Scheiße Bomben bei Filmen, einer da nimmt man richtig gut oder so. Genau. Es ist ein Mann in Karakas, der weiß, wo er schlägt. Victor Fruss. Er ist R&D für die FED. Was heißt Research? Die FEDs? Nein, Research. Research auf die Wörter. Aha. Facts auf die Wörter. Ah, ey! Das ist doch Comedy-Dings, ne? Ja, das habe ich nicht angeschaut. Ich habe erste Folge, sie haben ihn nicht so. Aber du weißt, man muss ja noch 15 Staffeln rein schauen, um langs ein Gefühl zu bekommen, wie bei einer Rutter. Ja, das macht sie doch immer so. Was? Hier bei 1215 Staffeln, wo es vergangen ist. Ja. Was? Verwachen muss man auf der Welt besuchen, das ist schon. Nein, ich bin ein Netzwerk. Ich entschreite ein Folgungszeichen. Ach so, ich habe mich bewegt. Ich bin das weiß noch nicht, wenn du bist. Was? Ich darf wirklich spielen? Gameplay? Für mich? Hallo lieber Call of Duty. Danke, dass ich mich bewegen darf. Fälle, wo ist nach der Rückenfelder? Äh, wiss... Äh! Ich habe Arschtaschen! Ich habe Arschtaschen! Logan Walker, Paul Walker. Ich meine, dass du mal umschnabelt. Natürlich. Aber du gerätst du Müll auf das Blatt. Alter, wie perfekt, wie der glänzt viel zu stark. Und ich wette, wenn du schaust glanz, dann kommt irgendwie komische Himmel. Oh Gott, er kommt! Schau mal, glanzes Ding zu Wasser. Ich wette, dass irgendein anderes Gebäude oder... So. So. Kannst du immer? Kann ich ehrlich sagen. Wie muss ich denn? Komm doch einfach mal vor. Wieso? Nein, ich meine hinter dir. Ja. Da, in der Ecke, Wasser. Da. Wo ist die Revolution? Super rechts. So rechts, so irgendwie. Ja, das kommt immer hin. Das funktioniert. So. 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 Man sollte jumpa! Wie ist es anwesend wenn du daneben brischt? Der hat Geometrie im Gesicht! Der hat Grits! Der hat Grits an seinem Kopf! Was ist das für Rohmerflagge? Die sind böse, oder? Das sind die Bösen! Ah ja! Der Lopfer! Der Lopfer ist böse! Boah, dann kannst du mal sehen, wie... Du kannst das auch mit Dildos machen! So Gummi Dildos! Ja ja! Schlecher! Ruf mal rüber! Ey, ich hab mal her! Oder was? Ein Brille! Jetzt kommt eine Brille raus! Und die Gaupe? Die verbinden das direkt mit Google Suche! Was denkst du, was du da für Headquartes abgreifst? Google gibt netter als ich Daten ins Militär weiter! Und beide Seiten, ja? Ja! Ey! Wo ist die Lopfer? Okay, Moni! Oh Gott, ja! Wo ist das denn? Hesh! Das ist für ein Bruder! Boah, toll! Er hat voll aufgepasst, ey! Er hat diesen komischen Namen! Wenn da jetzt stehen würde, nicht auf Zivilist, dann würde ich auch wieder sagen... Da hast du mal auf Jock, so mit dem Ding, da kannst du es nicht mehr benutzen! Jaaa! Das ist ein Scharfschützengewehr, ey! Das ist ein Scharfschützengewehr! Das ist nicht einfach wie ein Scharfschützengewehr! Wie kann Scharf das? Das sieht aus wie ein Sturmgewehr, wenn es normal ist! Ah, das ist dieses... Wie man auch ein Scharfschützengewehr, das ist ein Remotor-Bedien! Damit dann musst du mit dem Vormann anbrechen! Wenn es Sturmgewehr gibt, gibt es doch ein Scharbengewehr! Genau, dann kannst du das benutzen! Ah, ne, ne, das ist immer so ein Scheiß! Ey, das kann ich beim Zahnarzt drücken, oder? Das ist ja praktisch wie ein Scharfschützengewehr! Aber ich sehe trotzdem nicht in her oder so! Ah, ne! Ah, okay! Das wäre ein Scharfschützengewehr nicht besser irgendwie! Ne, aber es kam auch... Bei allem ist es so ein Scharfschützengewehr, es war auch so ein fettes Turret-Geschirr! Das konntest du nur über den Tablet bedienen! Ja, stimmt! Das habe ich so gemacht! Ja, das hast du gemacht! Aber es ging auch nur an ganz bestimmten Orten, wo du es gerade bedienen! Obwohl du das Tablet immer in der Tasche dabei hast, ne? Ah! Das teilt jeder mit dem Scheiß an! Was? Was? Scheinbar nicht! Was? Was? So läuft das mit meinem Knie... Guck für die Knie! Ja, ja! Ne, das ist ja Knieschorn! Ja! Sprunggelenk schon, ja! Deswegen kannst du ja nicht da draußen rauspuppen! Sprunggelenk schon, ja! Du musst einfach nur aufschneiden und die Sprunggelenke, ne? Ja! Ich zähle den Polster, Mann! Aber das ist ja geschützt! Oh mein Gott! Da ist jemand! Der war doch das Klacksam alles! Warum macht er denn den Dance-Bub? Ich mach dazu nichts! Tu mal Fernseher! Ich werde geht nicht! Doch! Bestimmt! Schieß auf Fernseher! Das ist so gut! Dann gehen Sie Party und dann schauen Sie Leute Party! Hehehehe! 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 Ich kann nicht weiter links! Kannst den Fuß schießen? Hehehehe! Warte mal los! Du hast sogar Füße! Das könnte man fast Nonstop verwenden, aber das wäre ja zu auffällig! Du musst ein bisschen gefallen oder... Äh... Versuch das du aus! Durch start, dann siehst du mal deine Missions! Start siehst du mal deine Missions! Was halt nicht! Ich wollte einfach noch dich schmeißen und weiß doch voll rein! Hehehehe! Scheiße! Sie haben noch irgendwo wahrscheinlich! Äh... Kältsch? Okay... Ja! Müsstest du eigentlich springen können... Wobei nach oben können kann es doch nicht so gut! Somit denk ich... Spring muss denn noch einen Special Triggermann! Ah! Ah! Alter! Ich werde richtig eine Feder. Wie viele Schenke Glas ist der? Das ist eine Wand, du Idiot! Ah, steht da auch ein Schall auf die Wand. Ich verliebe nicht das. Jetzt schießt er. Ach so, wir sollen nicht reingehen. So soll das Ganze gechillt so rumlaufen. Keiner kriegt es mit. Keiner kriegt es mit. Sehr viel besser rein zu gehen, aber nein, es muss mit aller Gewalt dieses Settings. Ja, von da draußen sind ja echt ziemlich ärgste Ziele, ne? Ich weiß, es sind auch nicht da, damit es nicht existiert, oder? Wir machen die Existenz. Was ist das nicht, wer die Leute anschaut? Wenn man alle Spiele vergleicht, so. Genau, das ist nicht Konami und EA und Ubisoft. Wer hat am meisten beschissene Spiele? Und wer hat am meisten Spiele? Das wirst du mal schaden. Vergiss Capcom nicht, bitte. Ja, genau. Und all die, wie sie heißen. Ich kann es nur sagen, ich glaube, Marksbrotter hat unter den Großen die wenigsten Spiele eigentlich, oder? Und die haben am meisten Scheiße. Na, Halo ist nicht eins bis drei und so eine gute Spiele. Trotzdem, die haben auch viele solchne behinderten Majongen, oder wenn ich Ärger dich nicht spiele. Die musst du auch dazu sehen, ich glaube, im vierstelligen Bereich. Stimmt, stimmt, die haben auch so einen Scheiß. Hä? Dann müssen wir schon differenzieren hier auf, 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 auf Core-Games. Games, die Triple-A-Games und sowas sein sollen. Zum Beispiel Fable. Ja, Nintendo gewandt, weil du weißt schon, Mario... Nee, Zelda... Ich habe auch noch mal irgendwas gelesen, dass Nintendo irgendwie... ...nicht... ...dingen weitermachen will. Kann ich so... Das ist das Selbst-Estatement überhaupt, das braucht doch so viel, die man kann sagen. Ja, übrigens auch nicht, das muss irgendwo rausgelutscht sein, wenn sie auch ohne Source und nichts sind. Kann auch noch ein Marketing-Statement sein. Ich meine, ich würde es mir wünschen, aber... ...ich glaube einfach nicht dran. Das ist ungewöhnlich für Nintendo. Hat jemand aufgepasst? Äh... Nee, direkt startet ja was. Kommt ja mal auf... Das Ding... Upload... Upload Virus... Irgendwas. Irgendwo ist sowas drin. Irgendwo ist sowas drin. Irgendwo ist sowas drin. Hürgendwo ist sowas drin. Du musst sowas drin. Ja, der Virus ist auch kommand hernlikt. też, war gut. Aber ist iPhone, ist nicht kompatibel. Das ist iPhone, ist nicht kompatibel. Merlin! Das ist so, wie du das auch runterlädst. Der muss gedrückt halten, damit der Virus hochladen kann. Oh mein Gott, ist das dumm. Aber warum muss ich es dann downloaden? Ja, wie du downloadst, musst du auch den Kopf dritt halten, damit das weiter downloadet. Verstehst du? So, so machst du es immer. Das ist ein Darts für die Hose. Ja. Hahahaha. Hahahaha. Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Wir haben uns vorhin schon gerade erschossen hier. Find ich hier doch halt. Ja. Sind das Kraftwerke? Kannst du den Milch da machen? Das ist viel zu komplex für dich. Spiel mal zzzzzzzzzz. Hör mich. Nein. Ich wollte dich vorstellen, dass die Gläser so viel ausfällt. Ich bin bereit. Warum musst du das so hoch? Ja. Ja, weil ich den Fingerabdruck auch erkennen kann mit der Handschuh an, oder? Hehehehe. Denk mir lieber auf, wenn ich mir dieses Spiel mache. Der Handschuh ist extra gemacht von dem Fingerabdruck. Das ist noch voll überteilt. Scheiße. Oh, das ist aber aufgeschnitten. Oh, das ist ein Fingerabdruck, das du gemacht hast. Ich weiß gar nicht. Ja, das ist der nächste so ein Fingerabdruck, da war da abgebildet. Das ist der nächste so ein Fingerabdruck. Das ist aber so ein Fingerabdruck. Ohhhh, Leica Ninja. Wie richtig. Wow, ein Lieblingspunkt. Ohhhh, ich werde jetzt cool. Weißt du, was echt cool wäre? Wie du es einfach so machen könntest. Das ist der schlimm Wurf, nicht einfach nur in so einer gesücklichen Szene. Oder wenn dein Kollege außerdem zuerst runterkommt und du wirst den Kollegen... Ja, das wäre auch gut, wie das wirklich wäre. Aber nein. Hey, warum ist die Flagge? Das ist mit der Flagge. Warum willst du da runtermelden? Ja, warum ist das böse? Kommt raus runter. Hey, das sieht doch aus wie Mirrors Edge. Äh, wie viel? Ende, wo sie mit ihrer Trost-Schwester redet, geht's ja auch so treppenhoch. Ja, ist zu spät, die Scheißmaulung. Eine kann die Ende der so gute Zürmer zerstören. Ja, ja, aber manche Orts ist ja so. Ist eigentlich voll schön ausgesehen, Mirrors Edge, so ganz viel. Ich sehe, äh, schon. Voller Peeling und so eine Scheiße. Voller... Ich wollte mich noch zum Zweiten enttäuscht werden. Es ist von den Farben auch so sehr begleitet, was ziemlich cool ist, weil es ziemlich einfach war, wo du auch sehen kannst, wo dann Indios gewusst sind, wo es den Scheißmaulung ist, ne? Ja, ja, ja. Es war eine ganz gute Wahl eigentlich. Der Zweite ist total versaut worden, oder nicht? Da war doch was. Weiß ich nicht, ich hab's nicht gespielt. Still alive, still alive. Ich hab das Gefühl, der Zweite ist halbärin überhaupt so mediocre. Weil ich hab nichts schlechtes oder nichts Gutes gehört eigentlich. Der ist rausgekommen irgendwann mal und... Ich mach raus. Und dann lädt er sich hier und versucht kurz rein zu fluschen. Deswegen hab ich auch gedacht, dass der irgendwie schon fest ist. Vom Code, vom Grundcode. Von der ersten Reihe an. Das sieht gut aus. Was ist das? Oh, das ist schlubbär. Richtig. Okay, was ist das, wenn jetzt jemand spielt, der schon Probleme hat, ne? Mit öffentlichen Anfällen und so? Schau mal, wenn das richtig ist. Ja, ich dachte. Da muss ich es vorhin schon. Das ist schlubbär. Das ist schlubbär. Wenn ich automatisch an diese Hitlaculage stehle, ne? Was ist das? Ja, was ist das? Schau, 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 schau. Ich stehe in seinem Gesicht. Oh mein Gott! Was? Schau bleib. Ich lauf gegen ihn. Alter. Und die Gaming-Industry doesn't want to see, oder? Alter, weh, ey. Ey, das krank kann die Öffentlichkeit, Tobi. Time is here and time is now. You can't see me. Hihihihi. Alter. Äh, ja. Call of Duty halt, ne? Das ist doch mal nett zu sagen. Kommt nicht hin. Call of Duty. Ah, ja. Gibt's für PC und Xbox One. Alter. Das wär's ne Glas-Scheibe. Boah. Und wir unendlich Glas raus... Es ist so blöd, ey. Boah. Oles. Alter. Und endlich kommt's raus. Boah. Boah. Olega. Boah. 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 Existente Tastatur, schieß doch auf die Tastatur, ich könnte mir vorstellen, Tastatur ist da, bin ich auch nicht. Guck wie der sich hin, was hast du los? Es kommt die Eifersucht. Was soll es sein? Das heißt, wie mehr das fällt, ist das kein Dumm, das ist der Ding. Zeit, putz. Das Telefonhäuser. Boah, boah. Es klappt einfach, dass du Dosen durch. Also wenn du ganz egal bist, dann machst du halt gar nichts, nichts. Dann machst du, dass alles irgendwie drauf reagiert ist, dann bist du das Scheiße. Kiegen. Dann muss ich mal Kiegen. Das klingt für mich eher wie Kiegen für, weißt du schon, gekriegte Spiele. Oder Kiegen. Ist der graue Gesicht angeweicht, hat vor dem Gebäude? Ja. Ja. Das ist versteinst du ja. Also ist das! Neust bei dieser Das ist das Problem, das ist das Problem, wenn ich hier schieße, oder kommt nicht. Äh, was? Oh, das hat die Vorhinein getroffen. Oh mein Gott. Ja, wenn es Wasser gewesen wäre, wären wir jetzt tot, ne? Oh mein Gott. Alter, unser Schirr war das Glas überall. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab den Tag, den Oberst. Äh, das ist... Der Rock fällt schon. Ja, mit dem... Ja, genau. Das ist cool, oder? Das ist ja. Das ist ein Neutro. Das Ding da oben zu unterhalten, muss ich... Ja. Das hat da so bunt geleuchtet. Ja. Das sieht aus wie so eine Pistole, bloß eine Größe irgendwie. Wie heißt die Mauser, oder? Das ist die Kürze. Ja. Das sind Maschinenpistole. Das sieht aus wie Mauser. Ja. Das ist die Kürze. Das ist die Kürze. Das ist die Kürze. Das ist die Kürze. Ah ja, du kannst in die Leute komplett rein. Du bist größer und kleiner, je nachdem. Hast du's gesehen, oder nicht? Ja. Du hast eine Waffe laufen. Ja, das war doch. Ach so. Wenn ich schwere soll, ich will auch A anschießen, oder wie? Du kannst ein Schwert schießen. Du kannst ein Schwert schießen. Schon? Ja, ich kann es nicht. Vielleicht singen es. Ich bin wieder an. Ich weiß Ihnen. Ich will schnell starten. Du kannst es nicht mehr. Aber, Du kannst nicht mehr. Du kannst nicht mehr an areasie richten. Ich werde erst die Kürze gestellt hin! Hahahaha! Hihihihihi! 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 Das ist schwer. Okay. Schick verbrottet, oder? Wie geht das? Fack das nach zu mir. Was? Fack ja! Hahahaha! Wollt ihr Betreuer? Hahahaha! Wenn ich Betreuer wäre, das wäre falsch! Ah! 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 Stop it, Ron! Stop it! Ich als Betreuer? Ah! Stop it, Ron! Stop it! Und dann wurde das von der Mieter die Haare klopft mit dem Frickball über Kopf und da kam noch alle da drüber. Da verwandelt sich doch den dicks Mädchen Ron und Dixle. Ja, 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 ja! Oh! Ich kann nicht mehr von meinen Gursen tun das all the time! Oh! Das ist der Lautsprecher, das ist der Bluetooth-Ficker. Das ist der Lautsprecher, das ist der Lautsprecher. 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 Das ist der Lautsprecher. Das ist der Lautsprecher, 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 das ist der Lautsprecher. Bist du gendert? Ist das Feins oder ist das Feins? Ist das Feins? Das händer mich an Dings-Video! Ah, für Charriere! Das sind Feins! Engage! Ich bin aber nicht bereit für so ein großes Schlitt! Was war das? Aber wie leise du noch so wirst! Ja, der ist ja früher so wirst! Missile! Missile! Missile, Mann! Ich habe Missiles! Oho! Ich bin gekommen! Achso, ich habe auch Flaves zu mir, so schön! Boah! Oho! Ich wollte das hier auch wieder umschalten können! Du, ich behält dich, Mann! Ich bin der Tech-Eleukopter! Bist du mindig oder was? Ich bin der Tech-Eleukopter! Das ist ja das Geschlecht, ey! Ich diskriminier mich jetzt nicht! Bist du schwarz! Ich bin der Tech-Eleukopter! Ja, ich werde das gewinnen! Ich gehe wieder auf Tumblr, okay? Boah, ich muss wieder seine Porno-Video downloaden! Das war so ein Kruss, der hat äh... Du meinst erst mal den Typ bekommen! Nein, nein! Ja, das ist auch so! Warum nicht? Ja, ich schaue es zweifach an, dann habe ich 3D! Nein! Nein! Die einle Dings, die hat Cerebral-Paris! Das ist doch Handstörungen! Verstehst du? Das ist mein Fetisch! Ich fühle mich fast schlecht dabei, aber... Ich weiß nicht, weil... Er hat keine Feinmotorik! Das ist der Fetisch! Ich gehe jetzt auf dem Fettmotorik! Nein, ist ja nicht so! Ich wollte den Fettmotorik in deinem Umgebung die Tür aufmachen! Es ist so! Du lässt sich aufpassen! Das ist kalt! Der Fett, der fett, du riechst das weg! Und dann wird's extrem übeln! Du treibst von mir! Naja, jetzt wollten wir morgen gar nichts... Was ist mit...? Ja, jetzt nicht! Wir werden aufgemacht! Versteheuerung! Ja, aber man, sagt auch, boah, boah, Zwiebeln, boah, und dann fließt er noch zum Zwiebeln. Nee, aber das ist nicht Zwiebeln, das ist Pussfest. Ja, nein, man, das ist nicht Pussfest. Was ist das? Fleisch. Das vergess mir Fleisch nicht, du scheiß Zäugäut. Nein, du hast Fett, Mölden. Ich weiß, dass mein Fett ist, ja. Ich schieß auf Sachen hier im Markiert-Mölden, mehr mach ich nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das sieht schön aus. Ich weiß nicht, das ist nicht höchst. Ich muss nicht. Ich weiß nicht. Das ist so lustig, oder? Ich bin ein Heimann-Technik. Das ist so lustig, oder? Ich bin ein Hy-Tech-Technik. Das ist Supermotion. Ja, ja, ja. Supermotion? Yo, I got my ride book, man. Yo, steal that shit from me, CJ. Oh, ich hab's gefunden. Glücklicher Gettettinger hat sich der Hubschrauber von selbst. Ich hab die ganzen, ich hab die ganzen Schäden. Vollmeckst du, wie leid er der Hubschrauber ist. Oh, ich hab die Top 10 Cerebral Palsy YouTube Channels. Das ist eine der Top 10 Channels, die hier ist. Das ist nicht schlecht. Die Handjobs, es gibt nur den Höhenpunkt, das ist Dauer. Ich hatte schon keinen Spaß, hab ich dann gelaufen und wurde ja schon von der Hubschrauber gefahren. Ich hab's ihn jetzt, wo er sich vielleicht auch macht oder mit dem Finger oder irgendwie. Ich muss mich irgendwie aus der Falle sehen. Oh, der Mord ist. Das ist ja auch ein Channel. 4K-Wir. Der hast auch, gell? Das war auch eine volle Lizenz. Hab ich dir doch einen Freund. Was? So, wie ein Film, kurz noch der. 4K-Wir, der da hat. Ja, du kennst. Ja, ja. Was auch, Rino. Was war das? Was, was zur Hölle? Ba, 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 ba. Der kommt so zu uns, fresh mit seiner Nase auf den Pong runden und dann geht er weiter. Ich bin kein Elimira. Du bist kein Gender mehr. Du bist kein Problem. Du hast gerade die stärkste Waffe mit Call of Clip. Mach das nicht die ganze Zeit, ich würde es gewinnen. Oh, hat es nicht gekratzt. War schon gut vorbei in so einem Killing-Spieg. Ah, so hat er dich abgesetzt. Genau so. Das ist geil, der PC ist ja 50 Gigabyte groß. Auf der Xbox ist es 16 Gigabyte groß. Das heißt, die Mülldaten von 34 Gigabyte, die er auf dem PC hat, das haben sie auf Xbox echt rausgeschmitten. Auf PC waren sie schätze ich mal dazu falsch. Das kann gut sein, dass er sagt, mir weiß ich, dass wir einfach die Xbox nicht schaffen wollen. Das kann gut sein, Das ist 50 Gigabyte groß. Das ist 50 Gigabyte. Das ist 50 Gigabyte. Kommt auf mich. Na ja, das ist irgendeine Penis-Textur, die extra, 20 Millionen Auflösung, dann ist das schon großartig. Manche machen dieses Feier. Dings hier. Oh, toll, wenn ein Reaction Dings und macht sie das so, dass sie sich 100 Gigabyte groß an der Bestätigung von Kimp, bist du dir sicher? Das ist ganz so zwölf. So. Gibt's eigentlich jemals mehrere Routen, die man sehen kann. Hahaha. Das ist alles, wo sie so schlauchig irgendwie sind, ne? Ach. Gibt deinem Schlauch-Effekt, wie sowas. Arm-Level. Das ist ein Arm-Level. Kann man so. Brauch, Jürich. Brauch, Jürich. Ich muss nachbleiben. Hahaha. Haha. Ist das gar nicht dabei? Eheh unhappy. Haha. Hunde. Gut, das ist zehn, oder? Die Katze. Das wäre so gesegnet, deine Katze. Tats! Bauren. Wenn es snel guckert, wenn es jetzt mal so eine�리ige bricks wird, dann wäre es so gesegnet. Es kommt sündig. Was ist das hier? Das läuft überwegt sogar. Oh mein Gott! Du musst wieder rausgehen. Komm, komm, komm! Warum kommst du hier noch vorne? Nee, das war's. Komm, komm! Komm, komm! Ich bin der Karte. Ich bin der Karte. Ich bin der Karte. Nein! Ich bin der Karte. Ich bin der Karte. Top 10. Was ist Mortal Animes? Die Karte ist echt gut. Weißt du noch jemanden, der da irgendwie hinschiegt? Die Programmierung von der Karte hat mindestens 8 Pits. Das ist ein Räger. Das ist ein Räger. Boah! Ich habe das, meine Flasche kann jetzt tun. Ich habe das, meine Flasche. Ich habe mich so ein Räger. Ich habe einen Räger. Ich habe die Flasche, ich gebe das. Ich habe das, was ich tun. Ich habe das, was ich tun. Ach, das ist das. Das war's für heute. Das sind nur eigentlich so rausgehalten. Wie wäre es eigentlich so rausgehalten? Das ist doch gut so. Nein. So. Das ist ja listisch jetzt, Mann. Ah, das finde ich ja. Das ist ja unnötig, oder? Meist du, du laufst, das exkludiert nicht sofort. Oh, da ist schon viel Kauer. Ihr macht mir locker und dann kommt das Gas raus. Ja. Auf den meisten Fällen alles, was jetzt mal passiert, ne? Ja, so ein Funken entsteht auch so, Traummetall. Höchstgeschwindigkeit. Tja, wie ist das denn? Wo war drauf, stehst du nicht vor. Das ist ja was. Das, was du meistest, ist, dass das Funken entsteht, das Gas rauskommt, wenn du so eine Vorflugstelle auskommst. Das ist aber eher, was da nicht passieren würde. Ah, ja. Und natürlich, wenn ich das aufbaut, dann zerreißt du es. Reload, Roland. Okay. Fertig, vor mir leid. Oh, der Paletten, der hat sich zusammengestürzt. Ey, warte mal. Geht die nicht aus Half-Life? Ja, hä, ey. Ja. Die sehen genauso aus. Wahrscheinlich auch ein Standard. Ja, wahrscheinlich. Das ist ja, ich sehe. Das ist die Fall. Ja. 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 Das ist so ein bisschen wie ein Pfeil. Was soll die Däger nicht machen? Ja, das ist die Boden. Oh, das war... Ich hab mich mal erwischt. Wird die Scheiße gebaut. In welchen Glas im Lumpf? Das ist nicht gleich der Rumpf. Das ist zu. Oh, du musst jetzt die Scheiße drauf spielen. Ich hasse es immer bei dir, wenn die Füße kommt. Eben. Und zu Hause dann. Ich habe einen Mangle. Ich habe einen Mangle. Ich habe einen Mangle. Ich habe einen Mangle. Was? Ja, da habe ich gar kein Kipp, dann habe ich mich schossen, wo wir jetzt stehen. Aber das ist kein Problem. Ich habe mich sehr gut. Ich habe einen Mangle. Ich habe einen Mangle. Ich habe einen Mangle. Ich habe einen Mangle. Das war einfach, ich wollte mich nicht schocken, ich hab's im Leben. Wenn ich irgendeine Alternative und Realität hätte, Wenn ich euch nicht kennengelernt hätte, wenn ich euch nicht kennengelernt hätte, wäre jetzt vielleicht ein Konto in den Film oder sowas. Wo ist die Schneider? Nice! Das ist schon wieder mein Style, he? Meme-Videos schauen und schlechte Willme. Der Lene verlieren. Ja, irgendwie wollte ich die PC vielleicht wieder auflegen. Doch ich wollte ja auch die CPU-Attacken. Oh ja, komm! Wie will ich den Style haben? Im BIOS? Na ja! Der kommt ja nicht mehr im BIOS. Das ist tatsächlich noch XP. Was zur Hölle? Ne, das könnte 98 sein. Das ist doch 93, Mann. Das ist 98. Ich meine, es sind ja auch noch Röhrenbildschirm. Was zur Hölle ist hier los? Du kannst spielen aber in der Zukunft. Andererseits, jetzt kommst du ja. Windows 10 auf dem Röhrenbildschirm. Das ist halt schon Style, oder? So Aesthetics. Beziehungsweise Windows 95 oder MS-DOS auf AMOLED. Die Möglichkeiten! Oh, haben wir nicht. Mann, kommt ein AMOLED-Bildschirm. Ja ja, natürlich. Mindestens 24 Zoll oder so. Was für Aufflösung? 1x1? Alter! Ja! Das ist doch noch lange geht so ein bisschen. Der Fix ist ja dann im Ration 60. Zum 9 oder so. Aber, 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 das ist ja 1x1. Das ist ja 1x1. Wenn es 1x1 ist die Auflösung, dann ist es die Auflösung. Trotzdem, Ration ist die Ration. Der Fix ist der Schutz. Ja, aber 1x1 ist im Welt des 1x1. Ja, 1x1 ist ein Fixen. Nein, 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 nein. Achso, Meister mit 16. Die Auflösung bei 16. 2x1 ist das 1x1. Alter! So was macht, kann ich sagen. Doch, doch, genau so was. So was macht man, ich spiele Scheiße. Ihr Auflös. Nein, ich... Ja. Alter. Oh, das ist gut. Alter. Das sieht so aus, als wollte ich irgendwie... ...In wieder Grafikkarten so ziehen lassen. Dieser Benchmark ist in das Gameplay mit eingeflaßen. Der beste Benchmark im Erd ist in der 3-Anon-Cutscene. Ich glaube, so hast du würdest die Xbox nicht schaffen. Machst einen Screenshot von so aus und klatscht da auf den Frontkarre. Von Grafikkarte drauf. Ne, verpackt gut. Achso. Brakst du yellow, Machst. Machst du da. Achso. 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 Wie bist du disabled? Wie hab ich die Jungen gestellt? Hi7 Boah, was? Warum ist es 20? Warum von 0 bis 20? Normalerweise macht man von 0 bis 10. Komm, 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 komm! Oder von 0 bis 100. Ja, das wird es wahrscheinlich besser auf den Xbox Series. Was ist das? Ja, das ist der Mann, man kann sagen, aber es scheint zu sein, ja? Ich meine, wenn ich dir zwei Scheiße auf den Präsentieren, dann gehst du mal äußern, du wirst das Scheiße, oder? Ja, boah, das Fee zu hoch einstellt, ist mir egal. Boah, es ist ein Anime! Hey, hey, hey! Bring him back here! Ha, 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 ha! Ah, das kimmst du. Ha! Let's go! Run that egg and lose! Bring that bastard over here! Okay. Die Exe drücken. Ah, ich weiß nicht. Boah, in die Sonne! Die Exe drücken wollte ich dich. Wie ist das? Du wirst das Gingetel an das? Du wirst du mit das Gingetel an? Da. 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 Hier ich bin! Ich bin wie ein Herrigan! Ich bin wie ein Herrigan! Küsst euch! Ja, ne, die würden nicht so easy da noch stehen, ne? Ja, die würden liegen! So als wäre erst nach der Kante kommt dann die Sauerkraft! Ja, da bin ich ganz wach! Oh, Blutweg! Oh nein! Was? Ah, die Schiff sind gerade aufgegeben! Aber ich denke, die können nicht so hoch springen! Hier ist der Hollweg, nur noch ein weiteres! Es ist ein Wettbewerb aus dem Flugzeug aus, wenn ich jetzt keine Wettbewerb habe. Keine Wettbewerb. Jetzt schnell noch ein Falschirm. Alles ist mit Sends Road Life. Du bist auf irgendeiner Insel gestanden, du bist so ein Verrückter, der hier aber hilft, er ist ein Prost zu dir, er ist eine Freude gefangen und so. Was ist das? Jetzt kommt der Hetzung mal her. Das ist ja auch mal geil. Einmal das Fuckred 2. Jetzt ist es Fuckred. Wir gehen einfach ins andere Spiel. Genau, es ist ein neues Fuckred draußen. Was war das? Nein, nein, nein. Bis zu dem... Was war das? Das ist das 6. Ja, Primordial oder was? Aber die haben dann immer noch das Ex-Teil aus wie Blood Dragon oder Primal und jetzt irgendwie New Dawn oder so. Was ist das New Dawn? Irgendwie so postapokalyptisch Ding. Wahrscheinlich besser als 76. Kann ich mich aufhegen? Ja, ja, ja. Kann ich nicht aufhegen. Okay. Ja. Ja. Ich möchte das schon gerne sehen. Dann haben wir nochmal so ein Video über L4 6, wenn es auskommt und wenn der Scheiß ist. Ja. Ja. Und die Leute... Wir sehen würden sich wieder irgendwie schweren. Wenn das getestet wird. Ja. 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 Was ist das? Und dass die Community der Spiegel-Fatch statt. Ja. 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 Und die Community wird dann den großen nächsten Patch. Was haben wir Leute? Ja. Ja. Das ist das Spiel. Ja. 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 Wir haben so viele Teams. Achso, ihr meint Fans, die sind mitgearbeitet. Ich freu mich auf die Kaffeemaschine in der ersten Stunde. Schießt, ich will mir Kaffee vor. Nein! Oh nein, wirklich! Ach du Scheiße, fuck you! Oh mein Gott! Das war geplant! Die haben keine Ahnung, wie ihr im Spiel seid, oder? Die haben absolut keine Ahnung, wie ihr im Spiel seid. Und? Erstens, ich muss X drücken. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist gut, alles ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist ja schrecklich. Wenn jetzt die Kinder so eine Schule abkommen. Du hast die Behinderung, was ich mir schochen würde. Jetzt hast du einen ganzen Channel angeboten. Wie ist das? Was machst du? Was machst du das? Ich schaue es selbst. Was machst du denn? Die können ziemlich gut. Das ist ein Bambi, das ist ein Bambi. Ist es? Das ist ein Bambi. Das ist ein Bambi. Das ist ein Bambi. Das ist ein Bambi. Das ist ein Bambi oder was? Das ist ein Bambi. 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 Das macht vielleicht Dingschen Polizei, ich weiß schon, wenn die dunklen Dingschen da rein, aber nicht tagsüber. Warum? Kannst du rummessen? Ja, vielleicht sollte man nicht rummessen. Das ist einfach dumm Scheiße. Ja, das ist so ein Kofi-Ding, das ist so eine Pistole und Messer, das haben wir heute in jedem Teil erledigt. Das weiß ich nicht. Ich habe schon nicht zu viel gespielt. Na ja, was? Nein! Nein! Dann hast du ihn einfach in den Kopf geschossen. Warte! Wenn ich keiner sieht, jetzt habe ich genau das euren Plan. Vom Ablenken hier. Dann machst du noch Gründer hier. Ja! Oh, mein Gott! Ne! Das ist ein Synthesizer-Geburtze, Scheiß-Synthesizer-Spiel und Scheiße-Würfenung. Wenn sie mich durchsetzen. Wenn sie mich da hochkommen, muss ich dort nicht. Ja, wenn es freut. Ach, Schätze. Versuch mal, in den Kopf zu schießen. Das kommt, ich könnte auch sehen. Ich könnte hier so anstrengen, weil es so scheiße verpackt ist. Mist! Ah, oh! Checkpoint, fick dich du Miscegebot! Weißt ganz genau, was das ist als Flugzeug. Checkpoint als Flugzeug wieder schaffen. Ich glaube, der erste Teil, der weiß, dass die Knie verkürzt wird, dass du wirklich viel schrecklich kannst. Ich stehe gesteilt, und ich skippe es auch noch mit dem Kopie. Ich stehe nie in die Länge geschrieben. Stealth. Never in the campuses. Stealth. Und dann ist es Stealth. Wo du das tun findest. Was für Fitness. Modeln irgendwie eigentlich kurz. Äh, weniger. Keiner will das spülen Modeln. Ja. Aber die Frage ist auch, wenn es nicht einfach zu modeln. Das kann ja auch dafür sein. Wenn ich den Hähnchen hin und trünen mit Messer Platz machen. Messer ist sicher. Ja, vielleicht nicht. Messer. Was machst du denn? Ah, jetzt weiß ich. Warte. Okay. Okay. Das machst du. Letzter Todesfurt. Was machst du denn überhaupt? Nee. Was machst du denn überhaupt? Nee. Äh. Wie funktioniert das halt auch? Piep, 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 piep. So funktioniert. Oh. Die blauen Münzdinger. Richtig. Fertig. Ja. Soviel wird immer auch passiv hinstellen. Meine Elfstraße über hier. Boah, wirbel. Panade. 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 Apfelstuhl. Ja, ja. Ein Wasserstuhl. Ein Wasserstuhl. Meine Polizei, Leute. Oh, jetzt! Nach dem vierten Mal in den Kopf stecken, das macht er weh. Das war seine Augen. Wenn du nicht gekommen wärst dann, wir wären gestorben! Hey! Hey, zack, 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 zack! Das war's! Lass mich doch zu selber! Vorstell dir, wir wären so fett, wir wären so offen. Du bist aber auch auf dem Schubkorn und einer hat den Schubkorn gezahlt. Hahahaha! Vorher sich laut der Rad auf... Hat auch so rissen, da sind wir eigentlich gesagt, oder? Hahahaha! Scheiße! Oh, scheiße, das soll ich nicht machen. Ah, das ist hin und weit am Anfang. Weil, auch weit. Dschungel. Ja, sag ich doch. Halt ist Dschungel. Du brauchst nur ein bisschen Wasser. Ja, das Spiel ist ja auch. Ja, ja. Jedes Spiel fängt in der Brauerei an. Halt, ich kann mich da nicht hinlegen. Kann ich allgemein mich nicht mehr hinlegen? Oder warte, du hast es verlern. Ich hab's jetzt verlern. Dschungel. Ja, das ist Wasser. Dschungel. Das ist Wasser. Was ist das? Dschungel. Dschungel. Oah. Dschungel. 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 2 Minuten auch noch. Also komm noch mal kurz hergehen. Da hast du noch mal gescheitert aufgelegen, oder? Ja, ja, ja. Wollt du ja auch noch mal so zu sein gehen? Aber du kannst gar nichts mehr sehen. Aber du kannst gar nichts mehr sehen. Weißt du nicht, wo die auch sehen? Fuck, hab ich ganz vergessen. Das hat doch auch geändert. Fuck! Nichts. So, du hast die Schuhe aus dem Mund, Mann. Nein! Danke schön, danke schön! Servus, Mann. Ich bin's üblich, der Ned Alarikerin. Den Cain... Oh, Dios. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 Was vorbeikommt, das ist ja noch das Ding. Was vorbeikommt, und du? Ja, ich verladen. Verladen wir es nochmal wieder auf. Ich hab nicht dran geholfen, ja. Ich hab nur jetzt zu viel Geld zum Benzin fahren. Guck mal, da steckt das Wetter vor mir hin. Guck mal, da steckt das Wetter vor mir hin. Guck mal, da ist... Ich hab die Pferse noch... Aaaaaah!!! Schieß, schieß einfach, schieß einfach! Das ist flögelgeschossen! Das ist flögelgeschossen... Das ist flögelgeschossen. Stördich. Das war's für heute. Aber siehst du nicht den Teufel einen Platz auf? Nein, ich wollte ihn. Du kannst die eine Sache machen, aber die andere, die dir aufzwingen, ist gestoppt. Ja, sei dankbar, dass hier zwei Sachen aufgetrunken werden. Statt, eine. Es werden jetzt zwei Möglichkeiten präsentiert und nur eine ist los. Das heißt, es kann doch wirklich an Gott ins Schuljahr zu brauchen. Willst du schießen? leaf software Acc imposed to disagree. Das kann trotzdem... Die Burgen können die Kol� działaunen ziemlich zusetzen. Wie der Helikopter gesehen hat. Erst ohne. Ein Schuss, das war's. Ah ja. Alter. Jetzt kommt ein Main-Feature. Wie viele süße Lecköpfe noch aus hast du das? Ekel. Ein, zwei, fünf. Er funktioniert immer noch. Perfekt ist er da. Ja, ich kann's und durfte an dem Fahrt rechnen. Das war's, da zwei Frames hat. Das funktioniert einfach nicht. Und ein Stein suchen so viel auf cool Action zu machen, aber es funktioniert einfach nicht. Ich bin hier gechillt aus. Schön, Mann. Was ist das los mit denen? Das ist die Faunresor für die. Wir umsehen. Einfach die ganzen Katzen ausschneiden ohne die Software. Das ist alles so. Das ist alles so. Das ist die Säbel. Das ist die Hoffnung. Ein Kropp war so. Und dann ist ein Siegvideo. Alle zusammen haben Sie sich. Oh. 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 Too many Bitcoin. So asible corruption. Man hat gezeigt, dass ich grad nichts hoffen bekomme. Oh. Was war's? Was war's? Was war's mit jetzt auf Bord's 2 Rezoom? Es kann passieren, dass sich das stimmt. Es sind wir 16, wir hatten eine Gamecube. Ich glaube nicht, das soll nicht sein. Das soll nicht sein, dass die Spiele einfach so leicht dünn verleihen. Aber wie eine neue Console wird und wie sowas passiert? Ich meine, die haben ja immer mehr ja gezeigt. Wir drücken so das Xbox One X. Ist das dann irgendwann mit, wenn Diesel auf dem Kopf so Xbox XXX? Ja, warum die ich denn auch? Was sind die danach? Heißt das einfach, äh, Triple Xbox oder so? Ja, das ist einfach nur mit Diesel Kopf, da leuchtet. Leuchtet da mit Diesel Kopf, man. Wie eklig natürlich. Oder 3 Xbox oder so, ne? Ja, da ist das hier. Xbox, Xbox 360, Xbox One, Xbox One X. Und dann Xbox, äh, 3X, äh, Xbox oder so. Ich kann auch, wie du schon alles machen kannst. Xbox, Xbox, Skeletz.